Servus und grüß dich bei zirkschul.de. Schön, dass ihr es hergefunden habt und es freut mich, dass es euch interessiert, online Harmonika zu lernen. Ihr könnt es ja auf dieser Plattform quasi von Grund auf das Harmonika-Spiel erlernen oder auch schwierige und ausgefallenere Stücke euch auch aussuchen. Und der Quirin Kaiser ist vor einiger Zeit schon auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich gerne mitmachen möchte bei diesem Projekt. Und es hat mir sofort zugesagt und gefallen, wie das aufgebaut ist. Man kann sich die Tonarten aussuchen, man kann die Stücke wirklich im langsamen Modus, in einem schnelleren Modus und natürlich auch in der Originalversion anhören. Und das finde ich sehr gut, sehr gelungen gemacht und glaube ich zurzeit einzigartig, so wie das aufgebaut ist, dieses System. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Klickt, senkt durch, wie es einem am besten gefällt und wie es einem am besten passt. Klickt, senkt durch, wie es einem am besten gefällt und wie es einem am besten gefällt und wie es einem am besten gefällt.